Blaue Karte gezeigt, Herr Svoboda, sind Sie bereit? Insanfang, Herr Lohan, Sie haben 30 Sekunden mehr nicht und dann haben wir auch 30 Sekunden für die Beantwortung. Ich wüsste nicht, ob der Herr Svoboda in Kenntnis gesetzt worden ist, darüber, dass die Sozialisten und die Liberalen zusammen den gesetzlichen Rahmen vorgegeben haben. Auch Sozialisten und Liberalen an der Macht diejenigen waren, die das Referendum organisieren mussten. Und auch die Sozialisten und Liberalen diejenigen waren, die das Ergebnis dann kontestiert haben. Mehr als das wussten Sie, Herr Svoboda, dass 7,4 Millionen keine 50 Prozent der Wähler in Rumänien darstellen? Und was glauben Sie, was halten Sie von diesem Verhalten? Ist das nicht ein Antidemokratisches Verhalten? Ja, vielen Dank, Herr Lohan. Herr Svoboda, bitteschön, 30 Sekunden zur Beantwortung. Ich kann schon verstehen, das ist nicht...